Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie OBS Studio nutzen können, um live nach Twitch oder YouTube zu streamen. Ihr Beispiel YouTube, Twitch ist dann analog. Live-Streaming auf einer der beiden Plattformen ist eigentlich sonst eher für Unterhaltungszwecke oder für Live-Events gedacht. Man kann es allerdings auch für Live-Webinare verwenden. Der Vorteil bei beiden ist, dass es einen relativ guten Rückkanal gibt und zwar den Chat. Das heißt, man kann jederzeit auf einem separaten Fenster oder irgendwie auf einem kleinen Second-Screen, wie zum Beispiel Tablet oder Handy, in der App nachverfolgen, was währenddessen gesagt wird. Man kann auf Fragen eingehen und es wird danach gleich mit archiviert auf YouTube permanent, auf Twitch zumindest für zwei Wochen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man legt grundsätzlich in OBS Studio alles an. Wie das funktioniert, haben wir gerade schon in einem anderen Video gemacht. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, da geht es darum, wie man aufzeichnet damit. Da sehen Sie, wie das funktioniert mit den Quellen. Wir nehmen das jetzt einfach, wie es ist. Man sieht das hier gerade auf dem rechten Bildschirm schon. Und dann muss man einfach nur die Sachen eintragen und kann eigentlich schon loslegen. Die beiden Plattformen, YouTube und Twitch. YouTube bietet sich eher an für, ich sag mal, edukativen Content. Der ist dort etwas üblicher. Twitch ist allerdings dafür auch relativ offen, auch wenn es sonst eher eine Unterhaltungs- und Gaming-Plattform ist. Der Vorteil auf Twitch ist, dass man dort jederzeit loslegen kann. Das heißt, man macht sich ein neues Konto, nimmt die Stream-ID, den Stream-Schlüssel und kann loslegen. Man schickt den Leuten den Link, fertig ist. Man kann allerdings keine geheimen Streams machen, also welche, die nur jemand sieht, der über den Link verfügt. Theoretisch kann jeder das Konto finden. Bei YouTube ist das ein bisschen besser. Dort kann man einstellen, dass der Link privat ist. Das heißt nur, wer explizit eine Einladung per E-Mail bekommen hat, kann den sehen. Oder nicht gelistet. Das heißt, nur wer den Link irgendwie mal geschickt bekommen hat, kann den Livestream verfolgen. Der Nachteil bei YouTube ist allerdings, dort wird Livestreaming ausschließlich unterstützt, wenn man ein verifiziertes Konto hat. Das heißt, man muss einmal per SMS das verifizieren lassen. Dann kriegt man einen Code geschickt, muss man eintippen. Ist grundsätzlich kein Problem, hat allerdings zwei Einschränkungen. Man kann mit einer Handynummer nur zweimal im Jahr ein Konto verifizieren. Das heißt, wenn man das irgendwie schon privat für Projekte gemacht hat, kann man damit nicht nochmal jetzt ein Unikonto anlegen. Und selbst wenn man es gemacht hat, muss man kurz 24 Stunden warten. Das ist einfach so ein Betrügerschutz bei denen. Das heißt also, wenn Sie vorhaben, auf YouTube zu streamen, tun Sie schon mal vorher ein bisschen was. Und zwar einfach nur kurz das Konto verifizieren, fertig ist. Am besten jetzt gleich, wenn Sie das Video schauen. So, nachdem Sie das getan haben, ich mache das jetzt mal kurz hier mit meinem privaten alten YouTube-Account. Können Sie ganz einfach hier oben bei dem Button Video oder Beitrag erstellen, auf das Plus klicken und einen Livestream starten. Bei YouTube funktioniert das folgendermaßen. Man gibt erst einmal vorher alles an. Ich gehe jetzt hier auf neuer Stream. Der Titel ist einfach nur gerade Test und die Sichtbarkeit wird entsprechend eingestellt. Ich mache den jetzt nicht gelistet. Das heißt, jeder, der den Link hat, könnte reingucken. Eine Beschreibung können Sie anlegen. Macht jetzt keinen Sinn, wenn man es privat macht. Ist dann nur sinnvoll, wenn Sie da direkt irgendwelche Ressourcen, die dann zum Beispiel im Opal oder sowas liegen, verlinken möchten. Kategorie ist jetzt nicht Gaming natürlich, sondern Bildung. So, man kann den für später planen. Damit wird er schon angekündigt. Das ist sinnvoll, wenn man schon mehrere Streams vorbereitet, die man dann nur noch startet, wo dann jeder einen eigenen Link bekommt. Ich lasse das jetzt mal aus. Monetarisierung ist sowieso egal. Sie können ein Thumbnail hochladen. Das brauchen Sie eigentlich auch nicht. Es ist nicht speziell für Kinder. Nein, es ist nicht nur für Erwachsene. Fertig, streamen, erstellen. So, dann existiert der erstmal hier intern als Konstrukt. Damit Sie jetzt in OBS rausstreamen können, müssen Sie eigentlich nur noch ein was machen. Und zwar diesen Stream-Schlüssel hier kopieren. Passen Sie immer auf, dass den sonst niemand sieht. Deswegen ist er hier auch so mit Punkten ausgeblendet. Man kann den über einen Button direkt kopieren. Weil jeder, der den hat, kann da hin streamen. Jetzt hier drüben in OBS gehe ich auf Einstellungen. Dann hier oben auf den Punkt Stream. Und wähle die Plattform, auf die wir streamen möchten. Hier wähle ich jetzt YouTube, YouTube Gaming. Und füge den Stream-Schlüssel ein. So, jetzt kann man theoretisch bei der Ausgabe noch ein paar Sachen einstellen. Die Video-Bitrate zum Beispiel, wenn Sie eine richtig schlechte Internetverbindung von zu Hause haben, stellen Sie das ein bisschen runter. Wenn Sie eine bessere Verbindung haben, können Sie bis zu 6000 Kilobit hochgehen. Da finden Sie im Internet ansonsten genug Ressourcen, was Sie einstellen sollen. Wenn es irgendwie gar nicht funktioniert, fragen Sie uns gerne. Den Rest lassen wir jetzt einfach auf Standard. Sie können, wenn Sie möchten, auch Hotkeys festlegen, ähnlich wie bei der Aufnahme. Ich lasse es jetzt mal weg. Aber grundsätzlich ist das jetzt alles eingetragen. YouTube wartet noch auf uns, dass wir jetzt tatsächlich mal ein Signal rüberschicken. Da beginnen wir damit. Und zwar hier unten rechts über den Button Streaming starten. Und hier drüben bei YouTube sehen wir jetzt gleich. Wir haben hier normale Latenz eingestellt, damit es nicht so ruckelt. Das heißt, wir sehen es alles mit so, ich glaube, ca. 15 Sekunden Verzögerung oder irgendwie sowas. Gleich sollte hier eigentlich ein Bild kommen. Streaming starten. Drüben läuft es. Ja, da haben wir es. Genau, perfekt. Wenn ich das jetzt hier groß mache, sollte der jetzt auch gleich in ordentlicher Qualität das nachladen. Okay, macht er, glaube ich, hier in der Vorschau nicht. Ist jetzt aber nicht dramatisch. So, das ist jetzt erstmal noch die Vorbereitung. Der Stream selber geht noch nicht los. Das tut er erst, wenn man hier oben rechts jetzt auf Livestream starten drückt. So, jetzt können die Leute einen tatsächlich erst sehen. Man hat hier rechts den Chat. Wenn da jetzt jemand drin schreibt, sieht man das auch entsprechend. Und alles, was ich jetzt hier tue, wird übertragen. Alles, was ich rechts in OBS sehe. Das heißt, ich kann jetzt hier mich durcharbeiten. Effektiverweise würde ich jetzt, wenn ich einen zweiten Bildschirm habe, kurz YouTube darüber legen, den Browser, damit ich den Chat im Blick habe. So. Und fertig ist. So einfach kann man streamen. Bei Twitch ist das analog. Twitch hat halt auch einfach einen Streaming-Key, den man dann hier eingibt. Twitch hat verschiedene Einstellungen für Titel. Als Kategorie wählt man dann halt irgendwie einfach nur Sonstiges aus. Und ja, das war's. Nur, wie gesagt, bei Twitch hat man keine Möglichkeit, einen nicht gelisteten Stream zu machen. Nutzen Sie das, um möglichst schnell Leute zu erreichen. Wir haben auch vor, sowieso jetzt in Richtung YouTube und Twitch ein bisschen interessante Sachen zu streamen. Also wenn Sie irgendwie denken, Ihre Vorlesung hat Schauwert. Ihre Vorlesung ist etwas, was man durchaus auch mal Hochschulfremden zeigen könnte. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir helfen Ihnen, packen das auf die offiziellen Hochschulkanäle. Und dann machen wir hier gleich die Not zur Tugend. Alles klar. Dann probieren Sie es aus und frohes Schaffen. Dann probieren Sie das auf die offiziellen Hochschulkanäle.